Robby, pass auf, ich habe heute leider keinen richtigen Fick-Fack für dich, aber trotzdem etwas, was ich ziemlich lustig fand irgendwie. Und zwar, pass auf, wir schreiben das Jahr 2014, machen kurze Zeitreise, da haben wir Adriana, eine 39-jährige Brasilianerin. Und die wurde als Kleinkind von ihrer Mutter verlassen. Und die hat sich gedacht, ich weiß nicht warum, ich will meine Mama aber wiederfinden. Ich will wissen, warum, warum sie abging. So, und deswegen hat sie bei einer Fernsehsendung teilgenommen, damit man sie bei der Suche nach ihrer Mutter unterstützt. Pass auf, und am Ende hat sie tatsächlich mithilfe dieser Fernsehsendung geschafft, ihre Mutter wiederzufinden. Und es gab ein richtig emotionales Wiedersehen. Ja, ihre Mutter, das war die Maria, und die hat dann in der Fernsehsendung bekannt gegeben, dass sie auch einen kleinen Bruder hatte, die Adriana, den hat sie auch weggegeben, das war der Leandro. So, ja, und was soll ich sagen, Adrianas Ehemann hieß Leandro, und die beiden waren tatsächlich Geschwister, und obwohl sie es nicht wussten, haben sie zusammengefunden, sie waren halt ein Paar. Und interessanterweise, auch nachdem sie erfahren haben, dass sie eigentlich Geschwister sind, haben sie trotzdem gesagt, sie wollen sich nicht trennen, sondern sie bleiben zusammen. Oh je, imagine, was ist das denn? Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem eigenen Bruder zusammenkommst, ohne es zu wissen, weißt du, das ist so voll die Star-Wars-Scheiße, Mann. Komplett. Kannst du verfilmen den Dreck, ja? Nur, dass die sich bei Star-Wars am Ende, die waren nicht zusammen, die haben sich nur einmal geküsst, so weißt du. Ja, ja, aber die bumsen ja schön miteinander. Ja. Wahrscheinlich machen die dann auch Babys, und das ist vielleicht nicht so ganz geil, was da rauskommt. Ja, ich sag mal so, der ein oder andere lustige Gen-Effekt kann mit dabei sein, ne, deswegen, Finger weg von euren Geschwisterchen. Ähm. Ja, was soll man dazu sagen, bumsen die mit euren Geschwistern. Das ist schon mal der löbliche Effekt der Folge, wobei, das hatten wir ja eigentlich schon mal, ne, da hat doch irgendein Stroll, der hat uns noch geschrieben, dass er da immer mal wieder einen Abstecher an seine Schwester macht. Ja, ja. Und, ähm, ja, 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 ja. Das ist ganz so natürlich, so, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Im Haube, im Hauserom. Schön rein. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das war Speskind, Freunde. Wow. Äh, keiner von uns fasst seine Geschwister an. Fun Fact. Äh, okay. Wollt mal verpasst. Das nimmt schon wieder Züge an hier. Alter, ein halber Bahnhof in meinem Kopf, okay. Ja, ja, ja. Aber schön, Leandro. mal schön. Shoutout an Leandro und Adriana. Adriana, genau. Kommt doch bitte rein. Egal, Folge 72, sag mal. Folge 72. Folge 72, das ist wie die Zeit vergeht, oder? Wir haben angefangen irgendwann mal mitten in Corona und jetzt sind wir hier und haben kein Corona mehr, aber dafür ein Dachschaden. Schaden, ja. Wie geht's dir, Robby? Den Umständen entsprechen, möchte ich mich mal ausdrücken. Den Umständen entsprechen. Also ich hab jetzt ab und zu, ja, ich hab ab und zu wieder Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Da muss ich mich wieder ein bisschen beruhigen. Dafür gibt's ja auch Medikamente, ist ja auch alles entspannt. Aber es ist manchmal doch noch, es geht nicht von heute auf morgen weg, sag ich mal. Gerade mit den Depressionen, die dann halt einfach mal da sind, wenn halt keiner mehr da ist. Auch wenn ich jetzt relativ guten sozialen Umgang wieder pflege, hab ich trotzdem die Momente, wenn das Licht ausgeht, dass dann das Nachdenken anfängt. Das ist dann nicht so toll, aber das wird ja mit der Zeit sowieso heilen, von daher ist entspannt. Auf jeden Fall. Und, du weißt halt, dass ich Gamer bin, das ist halt, ne, Fakt, schwarz macht sich auch immer drüber lustig, dass ich in der Zombie-Apokalypse überlebe, weil ich Valorant spiele. Die haben CS2 Limited Beta Zugang für mich bereitgestellt. Konntest du machen, wenn du dir einen Rang erspielt hast und den Prime-Status hast. Und ich glaube, du musst es irgendeiner Gruppe beigetreten sein. Wenn du das erfüllt hast, kriegst du halt Zugang und kannst du ein bisschen antesten, Counter-Strike Beta vom zweiten Teil quasi. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie findest du es? Also ich hab mir halt super viele Videos auch schon angeschaut. Das Ding ist, ich komm mir ja gar nicht mehr dazu, so großartig irgendwie CS oder sowas zu zocken. Ich spiele ja meistens nur so Singleplayer-Sachen und sowas, was mich glücklich macht. Was ich an- und wieder ausmachen kann, ohne dass ich den Herzinfarkt krieg, weil ich denk mir so, overarbeit gehen mir halt schon genug Leute auf den Sack, das brauche ich jetzt nicht noch hier im Internet. Ja, erzähl mal. Du, das ist, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer als Counter-Strike Global Offensive damals. Da waren ja alle Leute, mit denen du gespielt hast, wenn du halt nicht im Five-Strike spielst, sondern mit Randoms, dass die dich da wegflamen und dich anschreien und gar nicht auf ihr Leben klarkommen. Habe ich jetzt weniger die Erfahrung gemacht mit den Randoms, die wir bekommen haben? Meinst du, das könnte daran liegen, weil die Leute halt schon einen gewissen Rang hatten und vielleicht erfahrene Spieler sind und nicht diese Low-Bobs, die da ständig nur auf die Fresse kriegen, sich einen neuen Account machen und dann den Helikopter? Die haben wir auch schon getroffen, tatsächlich. Also die wird es auch immer geben, leider. Aber, also keine Helikopter, aber Leute, die offensichtlich dann durch Wände gucken und dich dann halt pre-fieren und so ein Scheiß. Aber damit geht man ja um, wenn man dieses Spiel spielt. Also das hat man ja im Hinterkopf, dass das halt ein bisschen verschietet wird. Aber es ist halt richtig reudig. Wenn du mich fragst, ist das halt einfach so die Konsequenz davon, wenn du sagst, okay, das Spiel kostet nichts mehr? Weißt du? Weil wenn du früher irgendwie 30 Euro für Counter-Strike gezahlt hast, ich weiß noch damals, CSS habe ich nur... Da ist die Hemmschwelle halt höher, dass du dann sagst, ich riskiere den Account. Genau, wenn der Account weg ist, muss er wieder 30 Euro reinballern. Weißt du? Und dann, wenn du so ein 16-Jähriger Strolch bist, dann hast du die mal nicht eben auf Tasche. Meistens. Außer die Kandidaten, die hier mit ihren 5000 Euro Yeezys da irgendwie einkaufen gehen. Normalerweise hast du dann da wirklich die Hemmschwelle. Und ich glaube, dadurch, dass es halt jetzt wirklich gratis ist, dann sagen sich Leute, ja gut, Alter, dann ist mein Rang da weg. Scheißegal, also gib mir eine Woche mit dem Helikopter. Ja gut, der Beta-Zugang ist ja nicht gratis in dem Sinne. Du brauchst halt schon einen Account, der dann die Voraussetzung erfüllt, damit du wieder teilnehmen darfst. Und du wirst auch nicht freigeschaltet, wenn du sie hast, sondern du musst warten, bis Valve dann ein Update rausgibt, wo du dann wieder zugelassen wirst. Das heißt, die Hemmschwelle da zu cheaten, um den Access dann gegebenenfalls zu verlieren, wenn du halt frech machst, ist halt, das ist schon gefährlich, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und ich glaube, auch die Hemmschwelle ist größer, dass du dann sagst, nee, dann cheat ich lieber nicht, warte bis Full Release. Es gibt ja genug kaputte Kinder da, die dich dann halt wegcheaten. Du musst mal Counter-Strike Global Offensive Spiel, Matchmaking ist halt immer noch unspielbar. Da drehen sich dann auch mal die Leute über die Map. Aber Helikopter, Helikopter. Aber nee, das macht Spaß aktuell. Man merkt, die haben vieles geändert, aber es ist im Prinzip immer noch dasselbe Game. Und das ist, glaube ich, auch das, was viel ausmacht. Ich habe ja Counter-Strike aufgegeben für Valorant, weil Valorant sich einfach besser angefühlt hat. Und sage ich auch heute noch. Aber CS2 findet da den guten Mittelweg, sage ich mal, zwischen Performance und, ne, das fühlt sich relativ gut an. Die Server sind ein bisschen besser, aufgrund, dass es jetzt Subticks gibt und nicht mehr diese 64-Tick Abfrage ist. Das ist schon ein guter Weg. Nur haben die noch ein kleines Problem. Und zwar bei der Registry- Abfrage oder bei der Schussregistration ist die Animation ein bisschen verzögert und das merkt man halt dann beim Schießen. Ist ein bisschen ungewohnt. Gewöhnt man sich dran und ich denke, auch beim finalen Release werden die es fixen. Hoffentlich. Weil sonst wird es ein bisschen kritisch für die, aber ist auf einem guten Weg. Und die Leute sind halt jedenfalls die, die ich treffen durfte und ich bin jetzt gerade auf keine Ahnung, 11k Elo. Das ist schon in Ordnung. Also er schreit ja nicht irgendwie ein Russe permanent ins Ohr. Solche hatten wir, als wir noch auf 4k Elo gespielt haben. Da sind die alle ein bisschen freigedreht, weil die aber, die raffen ja auch nichts. Das sind ja alles Peanutbrains. Die haben ja gar keine Peilung. Die haben irgendwie einen Zugang bekommen und shitten die Leute zu. Aber so ist das Internet heutzutage. Was soll ich dir sagen? Das ist aber auch in Valorant nicht anders. Ja, absolut. Wenn ich da mit meinen Kollegen spiele, die ein bisschen niedriger zocken, da hast du halt dann auch Leute, die raffen absolut nichts. Die flamen dich, die sind sexistisch. Du hast die komplette Palette da. Aber wenn es ein bisschen höher ist, hast du Leute, die haben ein paar Ego-Probleme. Aber das kann ich auch von mir selbst, wenn ich dann zacke, dass ich dann auch mal ein bisschen reinflame und auch vor allem mich flame. Aber das gehört auch ein bisschen dazu, wenn es um was geht, sage ich mal. Competitive halt. Was ich halt irgendwann, wo ich es so richtig krass fand, wo ich das gemerkt habe. Ich weiß noch, früher, als ich World of Warcraft gespielt habe, damals als Burning Crusade Original draußen war, da die erste Erweiterung damals. Wenn ich da rumgelaufen bin, alle haben wirklich höflich und nett miteinander gesprochen. Alleine schon, weil du so einen gewissen Ruf auf dem Server hast, weil es gab keine serverübergreifenden Sachen oder sowas. Und heutzutage, wenn du spielst, selbst in World of Warcraft hast du Leute, die beleidigen und flamen rum und keine Ahnung. Sowas gab es früher nicht in dem Ausmaß, wo ich mir auch dachte, Alter. Das ist halt krass. Und du machst das einzig Richtige tatsächlich und dafür bin ich immer noch, ich bin stolz auf dich und auch irgendwo neidisch, dass du sagen kannst, ey, ich tue mir die Scheiße aber gar nicht an und habe dieses Problem dann gar nicht. Aber ich gehe immer wieder rein, bin absolut tiltet, absolut abgefuckt und starte das Spiel dann nächsten Tag wieder und bin wieder abgefuckt. Ja, du, das hatte ich aber auch lange Zeit hier immer, wenn ich Magic The Gathering Arena gespielt habe, die ganzen Leute da mit ihren Mülldecks um die Ecke kamen, weißt du, die haben da immer nur geguckt, okay, welche Decks sind Meter, wer hat gerade hier die Weltmeisterschaft gewonnen, das baue ich nach. Und nur diese roten Aggro-Decks oder die nur, ich counter die alles weg, Dinger, ey, da habe ich regelmäßig den PC einfach Spiel über alte 4 beendet, damit der Typ auf der anderen Seite schön erstmal noch hier die 5 Minuten warten durfte. Da bin ich auch schon gerage-quintet, also so ist es nicht, ne? Aber allgemein ist das Thema Toxic City im Internet halt so allgegenwärtig, dass mir das Angst macht, man. Die Menschen, die haben ja gar keine Hemmungen mehr. Die droppen, N-Bomben, alles legen die dir an den Kopf. Ja, aber das ist ja nicht nur bei Videospielen, ne? Gebt dir mal so eine normale Twitter-Konversation oder was da auf TikTok abgeht, aber das ist ja eh so eine ganz besondere Plattform. Also was ich da schon gesehen habe, was da so Leute für Kommentare schreiben und da ganz normale irgendwie so 20-Sekunden-Videos, ey, denkst du dir so, ja, komm. Ich würde halt, ich würde mir wünschen von Herzen, dass man da auch mal ein bisschen mehr durchgreift, ne? Ich vermisse so einen Knopf, wo du draufdrückst und die Eltern von den Kindern kriegen direkt so eine Nachricht, weißt du? Wenn Menschen unter 18 sich auf einer Seite registrieren müssen, dann müssen die Eltern den Account für die machen und die Eltern kriegen immer Benachrichtigungen, wenn das Kind Scheiße gemacht hat. So weißt du, sowas wäre geil. Ja, ist ein Traum, aber wäre geil. Naja. So, kleiner Felix, ich werde mal hier ein Knöpfchen drücken, gleich hast du ein Gespräch mit deinem Faddy, ne? Aber für Hurensohn, mein Junge, ne? Guck mal, jetzt schalte ich mal deine Mutter ein. So, aber bevor wir jetzt hier zu viel abschweifen, Robby, wir haben den einen oder anderen Kandidaten um die Ecke. Ja, richtig. Der hat, glaube ich, nicht das Problem, dass er mit seiner eigenen Schwester aus Versehen zusammengekommen ist, aber wir haben da andere Leute und ich würde sagen, wir machen einfach mal das Türchen Nummer eins auf und gucken, wer sich da hinter unserem Fragekalender versteckt, oder? Das machen wir doch gerne. Na klar. Hallo Dr. Tommy und Dr. Robby. Für jeden Topf gibt es einen Deckel, sagt man. Tja, nur für mich nicht. Ich, männlich 20, komme aus Österreich und bin seit drei Jahren beim Militär. Fangen wir vorn an. Ich wurde kurz nach meiner Geburt an einer Babyklappe abgegeben. Das tut mir sehr leid. Von dort landete ich irgendwann im Waisenheim, wo ich dann auch bis ich 17 war, vor mich hin vegetierte. Als ich meine dritte Ausbildung abgebrochen hatte, habe ich mich dazu entschlossen, zum Militär zu gehen. Jetzt zum eigentlichen Problem. Ich hatte bisher nie wirklich Freunde, weder in der Schule noch in meinen Ausbildungen, die ich abgebrochen habe, weil ich immer von anderen gemobbt und ausgegrenzt wurde. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich jemand um mich sorgt oder mich in seiner Nähe haben will, duldet. Die einzigen Freunde, die ich hatte, haben sich alle als Verräter herausgestellt. Bei meinem Kameraden werde ich auch nur respektiert, weil ich meine Aufgaben gut mache und weil ich ranghöher bin als andere unter Offiziersausbildung. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass ich für mich allein sein werde. Wie könnte ich das ändern? Sorry für den langen Text. Schöne Grüße aus Österreich. Boah, der ist ein bisschen am Verzweifeln, der Jute. Da kommst du direkt mit was Traurigem in die Ecke. Ja, wenn du dich mit jemandem datest, auf jeden Fall, check erstmal, dass ihr nicht den gleichen Nachnamen habt. Kleinen Späßchen, um dich ein bisschen aufzumuntern vielleicht auch. Nein, es ist natürlich jetzt erstmal hart. Das ist dann so ein bisschen dieses Gefühl, okay, ich werde immer abgestoßen. Erstmal, ich glaube, also ich weiß natürlich nicht, wie das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass so meine Gedanken wären, weißt du, wenn ich halt wirklich im Waisenhaus aufgewachsen bin, so okay, warum wollten mich meine Eltern nicht haben oder so. Ich glaube, das zerfrisst einen so ein bisschen. Was waren so die Umstände, dass man halt nachvollziehen muss? Warum kommt jemand zu diesem Schluss? Weiß ich nicht. Waren meine Eltern irgendwie, keine Ahnung, hatten nicht die finanziellen Mittel oder was war da los? Ich glaube, das ist so eine Sache, die schleppt man lebenslang mit sich rum und die man aber auch für sich einfach beantworten muss. Einfach keine Ahnung. Dass man sich Mut macht, das lag nicht an mir als Kind. Es war einfach wahrscheinlich irgendeine Situation, die gerade nicht gepasst hat und meine Eltern wollten nur das Beste für mich und haben mich dann halt und wollten halt, dass ich irgendwo in einem sicheren Zuhause aufwachse, was sie mir vielleicht nicht bieten konnten. Also ich glaube, das wären so die ersten Sachen, die ich mir selber erstmal sagen würde. Damit du gar nicht erst in diese Grundstimmung reinkommst, okay, die hatten einfach keinen Bock auf mich oder so, weißt du. Ich glaube, da gibt es immer einen Grund, der für die Person, die derartig handelt, einen gewissen Sinn ergibt, weißt du. Deswegen versucht, dass sich das mal nicht belastet. Gut, mit den Freunden ist dann halt wieder so eine schwierige Sache, wenn man halt dann, keine Ahnung, wenn man aufwächst und dann halt so ein schwieriges Bindungsverhältnis hat, könnte ich mir halt vorstellen, dass man oft die Fehler an sich selber sucht und dann zum Beispiel, wenn Leute an einen rankommen, die nicht so richtig an sich ranlässt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt jetzt so eine Frage, das ist superschwer. Wir wissen jetzt nicht, was zwischen den Freunden ist, die ihn da irgendwie verraten haben oder sonst was, weil man, weil ich jetzt schlecht bei dir lieber Patient in den Kopf reingucken kann, wie du selber diese Situation analysierst. Deswegen macht es wahrscheinlich gar nicht Sinn, dass ich versuche, da irgendwie jetzt in deinen Kopf reinzugucken, sondern wir schauen jetzt am besten einfach mal darauf, was du machen kannst. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, versuch in jede neue Bekanntschaft erstmal offen reinzugehen und nicht mit dieser, mit diesem grundsätzlichen Gedanken im Kopf, okay, die haben alle keinen Bock auf mich. Weil ich glaube, wenn du damit reingehst, dann versuchst du irgendeinen Grund zu finden, warum sich das bestätigt, warum die Leute keinen Bock auf dich haben könnten. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du sagst, okay, in deinem Umfeld, da finde ich jetzt vielleicht niemanden oder sonst was, ich weiß jetzt nicht, wie es ist beim Militär, aber sonst versuch doch einfach mal, keine Ahnung, eine Community zu finden, wo erstmal keiner deine Geschichte weiß oder nicht weiß, was du genau machst, dann suchst du dir ein Hobby und versuchst so an Leute ranzukommen, weißt du. Sei es, du joinst irgendeinen Discord-Server, weil du Magic The Gathering spielst, keine Ahnung. Und dann dich da anfängst, erstmal mit Leuten zu unterhalten. Und ich sag mal so, gerade, auch falls man ein bisschen introvertierter ist oder so, ist das Internet halt eigentlich ein echt guter Ort, um Freundschaften zu finden und zu pflegen. Also dann würde ich dir erstmal jetzt einfach mal ans Herz legen, Versuch vielleicht mal wirklich übers Internet irgendeine coole Freundesgruppe zu finden, Leute, die mit dir zusammen zocken oder sonst was, wo keiner deine Hintergrundgeschichte kennt, weißt du, wo du so ein weißes Blatt Papier einfach bist für die. Und wo du dann auch noch mal ganz normal wieder erstmal Vertrauen in Leute gewinnen kannst. Und dann kannst du ja auch überlegen, okay, gibt es vielleicht bei mir hier im Ort irgendwas, was man machen kann. Keine Ahnung, gibt es ein, was macht man so, Fitnessstudio und so, ist für sowas, für Freundschaften finden halt eher schlecht. Aber dann guck mal, was für Hobbys du nachgehst und dann ob es da irgendwie einen Sportverein gibt, wo du mit Leuten Fußball spielen kannst oder sonst was, dass man sich einfreundet. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es halt ist, beim Militär, weißt du, wenn da Leute ein Rang unter dir sind, ob man dann sagt, komm, wir so nach Feierabend, Alter, ist gut und dann gehen wir zusammen hier schön ein Bierchen trinken oder ob das dann halt irgendwie Autorität untergräbt oder so. Ich habe halt keine Ahnung, wie es da in diesem System drin ist. Aber sonst, sagen wir mal, du hast dann irgendeinen Sportclub gefunden und dann sagst du den Jungs, ey, hat wer Bock, nochmal ein Bier trinken zu gehen oder sonst was, weißt du? Und dann, ja, entwickeln sich ja langsam Freundschaften. Dann findet man irgendwie Eigenschaften, bla, und wie sich halt Freundschaften und sonst so weiter ausbilden. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Und dieses Thema mit, die Gedanken fangen an, sich zu drehen und man beispielsweise er lernt jemanden kennen, hat jetzt noch die Einstellung, die er uns beschreibt, dann ist es super schwierig, dass wenn jetzt er eine Person kennenlernt, die schreiben miteinander und der antwortet nicht oder sie antwortet nicht, ist völlig lax, dass er sich dann sofort die Gedanken macht, ey, der hat gar keinen Bock auf mich. Das ist ja das, was du, was du beschreibst, dass er davon unbedingt weg muss, sondern dass er da offen rangeht und wenn sich der Typ oder die Typin halt nicht meldet, dass man nicht gleich darin verfällt und sich dann den Fehler bei sich selbst sucht, sondern dass es halt mal so ist, dass die Menschen halt nicht immer permanent abrufbar sind oder sich nicht direkt melden können, weil eben auch noch ein privates Leben zwischen der Freundschaftsbeziehung ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sowieso so ein Problem, was viele haben, dass die halt immer da direkt was so überinterpretieren heutzutage, weißt du? Ich antworte teilweise auch irgendwie drei, vier Tage, meine ich, auf Nachrichten. Meistens liegt es daran, dass ich die einfach in einer beschissenen Situation bekommen habe, habe einmal kurz draufgeklickt, grob drüber gescannt, sag mir dann zu Hause, antworte ich, ja und dann vergesse ich es halt einfach, weil meine Demenz in die Ecke kommt, Alter, und dann bam, erst mal schön Headtrick schießt und dann einfach gar nichts passiert und ich dann irgendwie vier Tage später wache ich nachts auf und denke mir so, fuck, ich wollte antworten, ja und dann die andere Person denkt dann viel, ja, Tom, hier hat gar keinen Bock mehr auf mich, was habe ich denn falsch gemacht oder so, ne? Das ist das, ja genau, also versuch dich von sowas einfach zu verabschieden, sag dir selbst, ey, ich bin gut, ich bin gut genug und jeder Mensch kann froh sein, mich als Freund zu haben und ja, dann geh einfach ein bisschen offener einfach mal durchs Leben und dann bin ich mir sicher, dass du bald schon viele Freunde haben wirst. Du musst, du musst halt anfangen, dich gern zu haben, ne? Du musst in den Spiegel gucken können und sagen, ey, das ist ein geiler Typ, ohne, ohne dass es abgehoben wirkt, ne? Du musst, du musst dich halt gern haben und du musst ja auch klar machen, dass du hast nur dieses eine Leben und wenn du das jetzt damit vergeudest, dass du dir sagst, dass du nichts kannst, dass dich keiner mag, dann wirst du da auch gefangen bleiben, also du musst es aktiv ändern und deine Einstellung, Dein Mindset dahingehend anpassen, unbedingt, weil sonst wird, du hast ja geschrieben, jeder Topf hat einen Deckel, außer für mich, diese Einstellung ist halt, damit kommst du auch nicht weiter, ne? Ja, und ein Deckel, da bin ich mir sicher, dass es wirklich für jeden Topf irgendeinen Deckel gibt, manchmal muss man halt nur ein bisschen länger suchen, ne? Oder abwarten, ne? Manchmal ergibt sich das ja auch einfach spontan. Ich hab ja auch nicht nach meinem Deckel gesucht oder nach meinem Topf, je nachdem, was ich bin. Das hat mich einfach regegeben. Ich wollte eben sagen, so ja, jeder Topf hat einen Deckel und wenn man dann halt einfach mal im Fernost Verkauf gucken muss und dann bin ich grad irgendwie in meinem Kopf gab's dann direkt so Überleitungen zu so Partaya-Touristen, wo ich mir dachte so, Gott, Alter, das ist ein richtig beschissener Vergleich. Boah, da find ich hier nix dagegen. Na, fern Ost und kauf mir da einen, ne? Bei Internetseite XY. So, ne. Ne, geliebter Bruder. Man kann auch nochmal dazu sagen, und das ist vielleicht auch, so ist vielleicht auch nicht jeder, so wie ich bin. Ich hab's halt auch gerne, wenn ich nur eine Handvoll Freunde habe, aber ich weiß, ne, dass die mir halt alles bedeuten. So, ich, wir hatten damals die Phase, als es mit dem Internet losging, wir haben ICQ gehabt, dann, keine Ahnung, Skype oder was. Dann haben wir Facebook für uns entdeckt und man hatte da zigtausende Bekanntschaften und damals haben wir es Freunde genannt, ne? Oh, ich adde den mal. Oh, ja cool, wir sind jetzt befreundet, ein bisschen gechattet und dachte, man hat so viele Leute, aber das sind ja halt alles keine Freunde, ne? Ne, ne. Freunde sind dann, mit denen du dich dann auch mal öffnen kannst, denen du auch mal die Geschichte geben kannst und ne, der dir das Gefühl gibt, der hört ja auch zu und ne, reagiert da drauf und sagt nicht nur so, ja, okay, cool, sondern, ne, mit dem kann man sich dann auch mal treffen. Das war ja bei uns damals immer viel, wenn wir Leute kennengelernt haben in einer näheren Umgebung, dass man sich halt auch getroffen hat und dann Sachen zusammen unternommen hat und nicht dieses Internet-Ding. Internet ist eine coole Sache, um Leute kennenzulernen, aber es sollte nicht da sein, um irgendwem zu zeigen, ey, guck mal, ich hab hier tausend Freunde oder was. Oder guck mich an, ich hab hier 5000 Follower, die mögen mich alle. Das ist halt immer noch so ein Ding, was ich nicht so fühle, sag ich mal, ne? Ne, versteh ich, aber ich denk mir auch heutzutage, ey, ich hab halt echt schon mehrere Hände voll Leute, die ich als Freunde bezeichnen würde, aber da denk ich mir auch, ey, ich hab eigentlich gar keine Zeit mehr, so, weißt du, um mich um jeden zu kümmern und dann zu treffen und so. Ich krieg das alles gar nicht mehr hin, dann mit Beziehungen nebenher, Arbeit, dann noch hier Nebenjobs und so, ey. Ja, klar. Aber das ist ja auch nie ein Disrespekt an die Leute, die dich gern haben, ne? Oder die um dich herum sind. Ne, ich denk dann immer, die richtigen Freunde erkennst halt daran, dass sie das nicht auf sich selber beziehen, sondern das sind dann die, mit denen schreibst halt mal ein halbes Jahr nicht oder so, weißt du, und dann kannst du mit denen weiter schreiben, als wäre nix gewesen, so, weißt du. Diese Nachtragenden, die dann sagen, ja, dann kündige ich die Freundschaft, bla, so, ja, dann. Ja, dann kannst du sowieso, kannst du direkt löschen. Genau, also wenn die da sowas an so Erwartungen irgendwie knüpfen, dann ist halt immer schwierig, ne? Das ist schwierig, ja. Von daher, das ist auch nicht so meins. Nein, 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 nein. Schick dir mal weg, der kriegt das hin, der gute Mann. Das schafft er ganz bestimmt. Und Militär ist, glaube ich, aber eine geile Basis, um da wirklich, wirklich sich was Geiles aufzubauen, sage ich mal, ne? Geldtechnisch, ne? Hat er da, denke ich mal, schon was Geiles am Start. Und wenn er sich dann auch aufrafft und auch abends mal gerne in eine Kneipe geht oder was, auch in so einem Kneipengang können Sachen passieren, die man sich vorher gar nicht ausmalen kann. Da setzt man sich mal zu einem hin und machst du hier schon ein Trinken, lass mal ein bisschen Quatsch dann. Das gibt's alles. Ja. Aber man muss es, man muss es halt auch herausfordern, ne? Ja, ja, auf jeden. Wenn man diese, diese Sachen oder diese Situation nicht erlebt, ne? Oder nicht möchte, dann ist es natürlich schwierig mit, äh, Freunden kennenlernen. Und jeder ist ja erstmal fremd, ne? Jeder ist ja erstmal ein Fremder. Und, äh, was daraus ent, äh, sich entwickeln kann oder sich entwickelt, das hängt immer von einem selbst ab. Das ist halt so. Das siehst du dann, wenn's soweit ist. Okay, dann, äh, schicken wir den Strollsch mal raus. Rischisch. Abschieben. Okay. Es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen wildes Outro, so im Vergleich auch, dass er eben noch gesagt hat, dass er da als Kind in eine Babyklappe gelandet ist. Aber okay. Nein, so war's nicht gemein. Ja, er hätte das auch gesagt. Nein. Äh, ja, wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute. Alles Gute. Und, äh, jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten. Rischisch. Der nächste Bedenkmal 1. Auch wenn es keine Frage ist, hier eine kurze Geschichte, die mir männlich 22 heute passiert ist. Ich habe mich über Tinder mit einer Dame zu einem Abendessen sowie vorher einem Spaziergang verabredet. Wir wollten uns in einem Park treffen. Sie meinte dann, dass sie später kommt und deshalb habe ich etwas gewartet. Plötzlich kamen drei junge Männer auf mich zu und sprach mich aggressiv mit meinem Namen an. Name und Aussehen kannten sie wohl durch das Fake-Profil von Tinder. Ich würde ihrer Schwester, Online-Date, vorher nie getroffen, Geld schulden. Ich soll ihnen mein Geld geben. Als der eine Mann näher kam, bin ich schnell weggelaufen und konnte den einen, der hinter mir hergerannt ist, abhängen. Ich habe dann die Polizei gerufen. Die haben die Sache aufgenommen. Ich bin froh, dass mir nichts passiert ist. Dabei habe ich die üblichen Regeln befolgt. Etwas schreiben, öffentlicher Ort. Durch Regen sind jedoch kurz vorher die Hundebesitzer nach Hause gegangen und Kumpel Bescheid geben. Ich weiß jetzt, warum Frauen so vorsichtig beim Online-Dating sind. Ich will nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn mich der eine Typ eingeholt hätte. Oh je. Ja gut, öffentlicher Ort. Dann würde ich das nächste Mal vielleicht öffentlicher Ort so ein Café oder sowas nehmen erstmal an deiner Stelle und nicht irgendeine Parkanlage, weil eine Parkanlage hat dann ja doch nochmal so ein bisschen, ich sage mal nicht ganz so bevölkerten Vibe, so weißt du. Also am besten ist es halt wirklich immer in irgendeinem Etablissement à la wir treffen uns in irgendeinem Café oder sowas. Aber gut, ey, man muss halt wirklich aufpassen. Das sagen wir ja immer wieder. Das Internet, das ist ein gefährlicher Ort. Und dann kannst du halt natürlich irgendwelche Leute geben, die versuchen dich irgendwie abzuziehen. Und sei es halt mit irgendwelchen, die erstellen Fake-Profile auf Tinder und wenn du dann da hinkommst, wollen sie dich abziehen. Ist halt schon abgefuckt. Deswegen passt doch immer auf, was ihr schreibt. Auch immer was für Sachen ihr irgendwelchen Leuten schickt oder ja, was ihr schreibt. Weil ihr müsst euch immer darüber im Klaren sein. Im Worst Case kann es immer sein, dass da auf der anderen Seite irgendein Arschloch steckt. Ja, jetzt gerade mit den ganzen KI-Bildern und was man nicht alles machen kann. Text-to-Speech-KI und so weiter. Ihr könnt euch nie sicher sein, ob die Person auf der anderen Seite wirklich die Person ist. Vielleicht bin ich ja zum Beispiel auch gar nicht Tommy. Vielleicht bin ich irgendein dressierter Pudel. Wer weiß das schon. Ja, eben. Oder ich bin ein Typ, der gerne Affenärsche spankt. Ja gut, das stimmt ja. Das wissen wir ja alle. Aber deswegen passt auf, passt auf, was für Daten ihr weitergebt. Vor allem, wenn ihr gerade in so einem horny Tinder-Modus seid, weil das kann halt dann ganz schnell Konsequenzen haben. Sei es, weil eine Person euch dann anfängt irgendwie zu bedrohen und sagen, ja, pass mal auf, ey, das Bild, was du mir hier geschickt hast, das habe ich mir abgescreenshottet oder da habe ich ein Bild von gemacht. Und wenn du nicht willst, dass das bei all deinen Kontakten landet, dann gib mir XY-Geld, Geldbeträge, keine Ahnung, vor allem, wenn du denen vorher irgendwelche privaten Daten von dir gegeben hast oder so. Pass da bitte immer auf. Und dann, ja, auch jetzt gerade bei dem, er hat richtig gehandelt, einfach weglaufen hier. Das ist ja auch immer so, es gibt ja immer diese ganzen Videos, weißt du, wenn da irgendwer, irgendein Arzt in ein Messer zückt oder so und die Leute dann irgendwie sagen, ja, dann machst du Move XY, nee, Alter, ihr lauft bitte einfach so schnell, es geht weg. Ja, ja, ist so. Und versucht irgendwie, Umstehende zu animieren, euch zu helfen und sei es nur, weil sie die Polizei bitte dazu rufen sollen. deswegen, da hast du alles richtig gemacht. Und, ja, ich habe die Geschichte jetzt einfach mal reingenommen, damit wir mal warnende Worte an die werten Patienten hier errichten können, die vielleicht auch gerade ein bisschen jünger sind und vielleicht auch manche ein bisschen naiver. Passt auf euch auf, das Internet ist ein gefährlicher Ort und heutzutage gibt es irgendwie potenziell mehr Arschlöcher als früher, habe ich manchmal das Gefühl. Habe ich auch das Gefühl, leider. Auch Leute, die nur noch so Ellenbogengesellschaftmäßig durch die Welt gehen, da rege ich mich auch tagtäglich so auf. Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile so unglaublich viele ignorante Menschen. Das heißt, auf der Autobahn, da hatte ich jetzt irgendeinen Typ vor mir gestern, da war eine Baustelle, deswegen hatten wir so einen kleinen Stau und auf der rechten Spur war halt die Auffahrt auf die Autobahn, weißt du? Das heißt, die Autos fahren da bis zum Ende durch und scheren halt vorne ein, wie man das so macht bei einer Autobahn. Und dann ist der einfach vor mir ausgeschert, um halt über diese, über die Auffahrt weiter zu fahren, um halt 50 Meter weiter nach vorne zu kommen, um sich da wieder reinzudrängen, wo du denkst, dann hast du dann noch einen, der das macht und dadurch hast du dann halt noch mehr Stau, weil sie sich dann vorne reindringt. Da müssen die vorne wieder den Verkehr unterbrechen, wieder Platz lassen, damit da einer reinkommt. Ey, du hast nur noch solche Leute. Ey, das ist ganz, ganz schlimm. Also gerade bei Autofahrern, da habe ich auch letztens nicht umsonst ein Video drüber gemacht. Die Leute gehen mir so auf den Sack und jetzt gerade arbeite ich an einem Video über Menschen, die mir auf den Sack gehen. Da werde ich jetzt immer mal wieder so ein paar von droppen. Ey, das ist mittlerweile echt krass geworden, finde ich. Das ist schlimm, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es damals ein bisschen anders war. Und man war ja viel mit den Eltern auch unterwegs, als kleiner Butcher im Auto mitgefahren. Da war das nicht so ätzend, als wir nach Dortmund, nach Nürnberg gefahren sind. Autobahntechnisch, da hast du auch wieder ein paar Vollidioten gehabt. Ja, Mann, mit den Vollidioten gab es schon immer so. Aber ich habe das Gefühl, die Vollidioten haben sich alle gefunden und noch kleinere, weitere Vollidioten. Aber exponentiell steigend. So. Ey, das ist halt, ich weiß nicht, alleine, dass Leute, die so nicht mehr Hallo sagen oder nur noch amrempeln, so jeder nur noch für sich, so gar kein so, keine Ahnung, wie eine normale Gesellschaft, dass die Menschen miteinander reden, dass man alleine so flosken wie Bitte und Danke. So gibt es heutzutage nicht mehr, Alter. Das ist, also bei vielen. Viele nette Menschen gibt es ja, wenn du die anguckst, dann fragen die mal gleich, ob du ein Problem hast. Ja. Also schon. Also das ist. Ja, es ist traurig. Es ist super traurig. Ja, ich, ja. Danke für nichts. Ja. Ja, es ist, aber gut, dass er uns das hier mitgeteilt hat, die Geschichte, nochmal dreimal auf Holz geklopft, dass alles gut gegangen ist. Hätte auch wesentlich schlimmer enden können, das Ganze. Darf man ja auch nicht kleinreden, die Geschichte. Deswegen, wichtige Worte auch von Tommys Seite aus, kann ich nur unterzeichnen, die ganze Geschichte, dass ihr da bitte aufpasst. Gerade wenn ihr in diesem Modus seid, oh, ich hätte schon Bock, jetzt mal so eine wegzuknacken. Dann hat man das Gehirn ja nur auf, äh, 10% Leistung an, ne? Da will man ja was anderes. Und da denkt man sich, oh, komm mal, oh, geil. Ohne vorher alles, äh, mögliche abzuchecken und zu gucken, dass man wirklich safe ist, ja, öffentlicher Ort, klar. Aber wenn da drei Hühnen ankommen und die dich abziehen wollen, dann, ey, da bleibt ja auch nur die Option laufen, ne? Auch wenn du dir 80 Karate-Videos angeguckt hast, machst du nicht, äh, hier einmal einen auf Jackie Chan und klappst die drei Leute, sondern du nimmst deine Beine in die Hand und versuchst in Sicherheit zu kommen. Ja, und wenn da wirklich einer vor dir steht mit dem Messer so, ey, ganz ehrlich, dann scheiß auf die 10 Euro in deinem Portemonnaie oder sei es 100 Euro, schmeiß Portemonnaie hin und renn einfach. Ne, das kriegst du alles erstattet. Deine Karten kannst du schnell sperren lassen. Da gibt's ja hier die Sperrnummer, was ist das? 116, 116, glaube ich. Ne, da klingelst du an und lässt die Pisse sperren. Aber dein Leben kann dir keiner wieder geben. So, ne? Das ist das. Schmeiß das Ding hin und renn. So, also für ein paar hundert Euro lohnt es sich nicht zu sterben. Ne, definitiv nicht. Da wurde, da hab ich auch mal gelesen, ist schon ein bisschen her, ne, da wurde einer für 50 Euro am Geldautomaten abgestochen, ne? Ja, komplett dumm. Das ist halt absolut krank. Da hat so eine, also so eine Omi hat sich 50 abgeholt und da hat schon einer gelauert, ne? Und dafür ist die dann draufgegangen. Ne? Für den Fuchs. Musst du ja mal reinziehen, wie kaputt die Gesellschaft eigentlich ist. Auf jeden. Vor allem stell dir mal vor, du, also allein für 50 Euro ins Gefängnis gehen, keine Ahnung, entweder hatten die Leute wirklich so akute Drogenprobleme, dass das Gehirn schon komplett weggeballert war. Aber, ne, das, keine Ahnung, es geht auch in meinem Kopf rein. Ja, ich meine, in der heutigen Zeit, Dicker, da hat einer irgendwie einen beleidigt online beim Playstation spielen, der ist so dem hin und hat den ja abgestochen, so, da. Dicker. Ja. Das ist halt alles absolut krank, weil man sich da mal wirklich mal reinfuchst und mal guckt, wo es wirklich bremmt. Also, wir haben einige Probleme, an die wir arbeiten müssen. Aber ja, deswegen immer, immer schön alles safe machen. Gebt nicht so viele Daten von euch preis. Wir sind so durchsichtig mittlerweile. Da muss man echt wirklich aufpassen, wem man was erzählt, wem man was schickt, wem man was sagt. Deswegen fahre ich eigentlich ganz gut mit. Ich halte meinen Kreis klein und lasse nicht jeden Hans und Franz an mich ran. Und auch, wenn Leute schreiben so, ey, lass mal ein bisschen quatschen, Robby, ich mag dich, ich kenne dich vom Podcast, dann nehmt mir das auch nicht böse, wenn ich da halt nicht so direkt drauf eingehe. Nö, verstehe ich. Weil das ist nicht so, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern weil ich möchte halt nicht alle Infos mit jedem teilen. Das ist bei Tommi eine komplett andere Geschichte. Wir können auch einfach mal acht Stunden hier ohne Podcast sitzen und alles erzählen, ohne irgendwie professionell hier seinen Job in Anführungsstrichen zu machen. Auch wenn wir hier ziemlich durchgeknallt sind. Aber ihm kann ich ein paar mehr Sachen erzählen als der normalen Außenwelt. Weil da gibt es einfach gestörte Leute, die greifen sich die Infos ab und dann weißt du nie, was passiert, wenn du mal die Haustür öffnest. Auf jeden Fall. Das ist halt, passt da bitte auf einfach. Mehr möchte ich da auch gar nicht so sagen. Das ist traurig genug, dass wir das ansprechen müssen. Ja gut, ich glaube, man kann so gerade medientechnisch nicht oft genug Leute wahren, wie sie bitte mit ihren Daten angeben sollten und was sie bitte nicht ins Internet stellen. An dieser Stelle auch an alle 70-Jährigen, die hier auf Twitter rumhängen. Schön her, bei 45, verheiratet, drei Kinder, aber würde gerne mal die F von der alten Dame da weglecken. Also das ist halt dumm. Aber mit Klarnamen und am besten, ich habe da letztens einen gesehen, der hat dann immer bei diesen ganzen Fickbots, hat er drunter noch seine Handynummer gepostet, damit ich ihm bitte schreiben soll. Das musst du dir mal reinziehen. Weil dann waren da hier diese Standardposts hier, ich bin gerade so horny, kann mich bitte mehr wegknacken und er so, ja klar, mein Name ist so und so und hier ist meine Handynummer, melde dich. So, ja. So naiv diese Leute. Und das ist ja auch dieser Mod, wo der gar nicht mehr überlegt, der denkt, der kann jetzt einen wegstecken. Das ganze Blut wurde vom Gehirn irgendwie südlich des Äquators weggepumpt. Also da hat einfach gar nichts mehr funktioniert. Da hat man nur mit geschlossenen Augen irgendwas getippt. Wahrscheinlich war nur der elfte Finger unterwegs, so weißt du, der war auf die Tastatur geklopft. Klong, 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 rubian, 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 rubian. Hier ist meine Nummer. Das ist halt too much. Das ist halt echt too much. Aber ich muss auch gestehen, ich falle auch nie auf solche Scheiße rein. Auch bei Snapchat ganz wild, wie viele Leute dich am Tag adden und du sofort weißt, dass das irgendwelche dreckigen Fickbots sind. Ich hab gar keinen Snapchat, deswegen, ich hab keine Ahnung. Sei froh. Ich hab's auf Instagram immer mal wieder gesehen, er hat direkt blockiert, hat viel. Ja, ja, einfach blockieren und dann auch gleich einstellen, wenn die neue Accounts erstellen, auch gleich weg. Ja, richtig. Okay. Holen wir mal den Nächsten ran, ne? Da holen wir den Nächsten ran, ja. Hier ist was ganz Kürzes. Der Nächste bittet schon mal eins. Hey, Tommi, erklär mal Flanky Ball. Kenn das leider nicht. In Liebe. Ah ja, genau. Das hab ich reingenommen, weil es gibt scheinbar wirklich Leute, die nicht wissen, was Flanky Ball ist und wie das geht. Deswegen ganz kurz Anleitung. Also, das ist relativ einfach. Ihr stellt eine, ja, halbwegs gefüllte Wasserflasche in die Mitte von einem Feld. Wasserflasche. Ja, so eine 1,5 Liter PET. Weißt du? So, die stellst du da hin und dann macht, keine Ahnung was, fünf Schritte von der Flasche weg, stellst sich Team 1 auf, schön mit einer geöffneten Bierdose oder irgendein anderes Getränk, Cola-Dose, keine Ahnung, vor sich und auf der anderen Seite das Gleiche. So, und was ihr jetzt macht, ihr braucht einen Ball, ihr versucht mit eurem Ball auf die Flasche in der Mitte zu werfen. Wenn ihr es schafft, die Flasche umzuwerfen, dann habt ihr Zeit, eure Dose hochzunehmen und so viel davon zu trinken wie möglich, während das andere Team die Flasche wieder aufstellen muss, den Ball holen muss und dann komplett wieder hinter ihrer Linie ist. Eigentlich relativ einfach. Und das Team, was als erstes geschafft hat, komplett seine Getränke auszutrinken, hat gewonnen. Hat gewonnen. Die einzige Regel, was ihr immer am Anfang noch abklären müsst, das kenne ich, also da gibt es zwei Varianten und zwar einmal, wenn man es schafft, die Bierdose oder Getränkedose des anderen, von einem Member des anderen Teams umzuwerfen. Manche sagen, das ist dann die Schuld vom Werfer und dann kriegt der Werfer ein Strafbier. Manche sagen, das ist die Schuld von der Person, der das Getränk gehört, weil die muss das eigentlich beschützen. Dann kriegt die Person ein Strafbier. Klärt das am Anfang einfach ab. Ich finde, es macht mehr Sinn, dass die Person bestraft wird, die es nicht geschafft hat, ihr Getränk zu beschützen. Aber das kann jeder machen, wie er will. Klärt es am Anfang ab. Das ist ein relativ leichtes Spiel und damit, wenn ihr das kennt, dann seid ihr auf jedem Festival, seid ihr jetzt gut bedient. Das haben wir auch unabhängig von Festivals auch gespielt. Ja, ja, aber gerade auf Festivals wird das ja viel gespielt, aber auch im Studentenleben, sag ich mal so, haben wir das auch regelmäßig nachts auf der Straße gespielt und weiß ich nicht. Aber das haben wir erst nach der Schule tatsächlich gespielt. Man muss bei dem Spiel halt immer ein bisschen aufpassen, weil ein Kumpel von mir, der nimmt immer sein Football mit und mit diesem Football kann man sehr hart werfen und gerade wenn man betrunkener ist, dann auch so ein Festival wie im Summer Breeze zum Beispiel, wo da überall Autos links und rechts in den Gängen stehen, da kann man das Ding schon mal ganz gut dagegen heizen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nehmt am besten so einen kleinen, weichen Handball. Weißt du auch nicht, diese ganz festen, sondern so einen weichen Handball, den haben wir immer am besten benutzt. Ja, wir hatten da nie Probleme, weil das mehr oder weniger auf einer Wiese stattgefunden hat. Ja, ich weiß noch, auf einem Festival, da wollten wir auch Flunkyball spielen, aber wir hatten keinen Ball dabei und wir hatten keine Flasche. Das heißt, wir haben einfach eine Bierdose in die Mitte gestellt. Aber sagst du Flunky? Ich sage immer Flunkyball. Flunky? Ne, ich kenne das nur als Flunkyball. Ja, scheiße. Oder manche Allmänner sagen aber auch Flunkyball. Flunkyball. Ne, auf jeden Fall, wir wollten es mal spielen. Wir hatten aber keinen Ball und keine Flasche, auf die wir geraten. Also haben wir eine volle Bierdose in die Mitte gestellt. Das war dann unsere Flasche und unser Ball war auch eine volle Bierdose und dann haben wir mit einer vollen Bierdose auf die volle Bierdose geworfen. Dann haben wir die aus Versehen da in so ein Camp reingefeuert. Da waren halt wirklich so, ja, so Leute, Marke, ich bin gerade aus Australien zurückgekommen und habe verlernt, wie man Deutsch spricht, so weiß. Dann haben wir mit so einer Gitarre so ein bisschen gespielt und dann ist halt voll unsere Bierdose bei denen im Camp geplatzt. Die waren nicht so glücklich. Wir waren, das ist halt echt lustig, weil wir betrunken waren. Aber wir haben uns natürlich bei allen entschuldigt und haben sie eingeladen mitzuspielen. Ja, richtig. Und die hatten am Ende dann sogar eine richtige Flasche und so, sondern da hat das gepasst. Ja, ja, perfekt. Ne, in dem Sinne. Glück im Unglück. Nein. Der nächste bitte in Nummer 1. Moin, ihr zwei Süßen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, welche sich in der fünften Klasse auf der Klassenreise zugetragen hatte. Am Abend saßen alle Schüler wie immer in einem Stuhlkreis zusammen und reflektierten den Tag. Vier meiner Zimmergenossen benahmen sich schlecht und wurden aufs Zimmer geschickt. Mein Kumpel und ich blieben noch ein paar Minuten in der Runde und gingen anschließend auch auf unser Zimmer. Als wir die Tür aufmachten, strahlte uns ein Arschloch entgegen, welches von einem anderen zudem noch fotografiert worden ist. Es stellte sich heraus, die vier wollten wissen, wie ihre Arschlöcher aussehen und nahmen dafür meine Kamera. Keiner regte sich, als wir die Tür aufmachten. Sie standen da weiterhin einfach mit gespreizten Backen und fragten lediglich, wollt ihr das auch machen? Das noch unangenehmere daran ist, dass mein Kumpel und ich nur das Zimmer verließen und ich somit nicht wirklich gesehen hatte, dass die Fotos mit meiner Kamera aufgenommen worden sind. Dies war mir erst bewusst, als meine Eltern die Bilder der Klassenreise gesichtet haben. Vielen Dank für die ganzen Folgen. Euer Joshua. Beste Grüße gewünscht, euer Joshua. Ja, das ist... Junge. Das ist auch eine wilde. Das ist schon wild. Ich weiß, wir hatten einmal, das war 10. Klasse, glaube ich, da waren wir auf so einer Skifreizeit. Das heißt, wir sind zusammen mit unserer Klasse so mal Ski gefahren und da hatten wir einen Typen aus unserer Klasse, der ist dann einfach random zu uns ins Zimmer gekommen, hat angeklopft, ist bei uns ins Bad und hat da einfach alles zugeschissen und ist dann wieder in sein Zimmer gegangen. Also der ist wirklich nur zu uns ins Zimmer gekommen, um da reinzuscheißen und es hat richtig mies gemocht, weil er nicht wollte, dass deren Zimmer scheiße riecht. So weißt du? Das musst du halt auch erstmal auf die Kette kriegen. Ey, das war... Das ist schon brutal. Das war... Ja, also... Komplett surreal. Ne? Also, naja. Wie dem auch sei. Aber unsere Arschlöcher haben wir nicht fotografiert. Immerhin etwas. Ne, wir auch nicht. Wir auch nicht. Das halt so much. Okay. So, dann... Ja, schöne Geschichte. Ihr könnt uns sehr gerne weitere Klassenfahrtsanekdoten und so weiter mal immer wieder reinposten. Wir haben ja... Beziehungsweise... Ich habe in der letzten Folge ohne Sinn und Aber auch schon eine zum Besten gegeben über das Penispferd von Paustenbach. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne sagen, wir haben nämlich auch hier bei der stabilen Sprech... Die stabile Spechtstunde, ey. Das war auch mal so ein Podcast, wo wir einfach eine Stunde lang immer nur so tock, 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 tock machen. Ne, wir haben auf jeden Fall eine Nachricht von einem stabilen Patienten bekommen, die sich halt auf ohne Sinn und Aber bezogen hat, wo er... Stichwort Operation, sag ich mal so. und die fanden die so lustig, dass ich gedacht habe, nee, der bessere Ort dafür ist ohne Sinn und Aber statt der stabilen Sprech... Sprecht... Ey, ich habe ja richtig Sprachfehler... Stabile Sprachfehlerstunde. Deswegen schaut auch, beziehungsweise hört, sehr gerne in die neue Folge von ohne Sinn und Aber rein. Da werdet ihr was zu lachen haben. Ne? Das Penispferd von Pausenbach. Boah, das war ein... Das war schon eine Gäule. War eine Gäule, ne? Ja, war eine Gäule. War ordentlich. Ugi, holst du noch den nächsten Kandidaten? Nö, da hole ich noch einen. Ja, klar, klar, klar. Der nächste bitte schon mal eins. Hi Jungs, ich liebe eure geballte Medienpräsenz so sehr, dass ich nun auch eins meiner Probleme euch anvertrauen möchte. Im Gegensatz zur Gesichtsnähe bin ich untenrum sehr behaart. Ich bin mir sicher, dass ich bald meine Analregion rasieren muss, da es mir auf die Eier geht, nach jedem Stuhlgang verklebte Arschhaare zu säubern. Nein, um Gottes Willen keine Knusperparty. Sorry, dass das so unappetitlich ist. Zur Frage, wie mache ich das am besten, ohne überhaupt das Risiko einzugehen, dass ich mir etwas verletze? Herzliche Grüße, ein riesiger Fan, der sich auf jeden neuen Podcast freut. Da will er jetzt hier mal schön seinen Pöppis rasieren. Der braucht da Tipps, um den Arschurwald abzuforsten. Er kommt dann... Weiß nicht, rasierst du den den Arsch? Ja. Ja, okay. Ja, halt auch aus genau diesem Grund, weil ich finde das auch richtig ickehaft, Alter, wenn du da so richtig viele Arschhaare hast und dann kacke sich da drin verknüpft. Da bin ich gut bedient. Ehrlich gesagt, da habe ich nicht so Probleme mit meinem Arschi. Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne das halt so, dann hockst du dich halt aufs Klo. Ich habe halt so einen Elektrorasierer, der hat dann da so einen Aufsatz, weißt du, da schiebst du hoch und dann macht das weißt du hier zum... Für was ist das? Für Konturen im Bad oder sowas? Keine Ahnung. Dann ziehst du halt deine Eier hoch und gehst unten drunter und machst das und dann rasierst du dir halt einfach mal die Eier ab. Rasierst du dir die Eier einfach mal. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie man das mit so einem Nassrasierer macht oder so, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht, wenn man das Rasierer macht. Oder du nimmst halt so einen, weiß ich nicht, so einen Rasierer mit Aufsatz und dann hast du halt einen extra Aufsatz, der ist dann nur für deine Arschhaare oder so, keine Ahnung. Und dann schaust du einfach, dass du dir da nicht irgendwo Dellen reinballerst, dass du beim Kacken dann da irgendwie... Viel kritischer finde ich, wenn du die Eier rasieren musst. Da bin ich ja wirklich vorsichtig. Ja, ja. Aber alleine schon, wenn du dir die Eier rasierst und die sich dann so beschissen durch die Gegend bewegen so random, weißt du? Dieses random Eye-Movement, das ist ja auch so eine richtig komische Nummer. Ja, ja. Das RNG halt. Ja, ja. Wenn du dir dann da mal wieder schön so ein paar Zacken reinballerst, Alter, weil auf einmal das Ding auf die Idee kommt, boah, jetzt könnte ich eigentlich mal ein paar Falten schlagen, so. Ja. Ich glaube, da waren wir alle schon mal. Da waren wir alle schon. Nicht so geil, aber kriegt man auch hin. Natürlich. Im Worst Case, wenn ihr das macht, dann benutzt ihr hier so einen Aufsatz, weißt du, hier für einen Hartrimmer, so machst du einen 5mm-Aufsatz oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Wichtig ist, dass man da mal ein bisschen Geduld mitbringt, ne? Dann geht das eigentlich. Ja, ja. Nicht zu schnell. Sonst. Nicht zu schnell, der Abmähn da die Scheiße. Sonst ist das größte Haar auf einmal auch ab. Ja, richtig. Hoppala. Ob sich da jemand schon mal brutal verletzt hat? Bestimmt, oder? Beim Eier rasieren, so richtig brutal. Du bist am Ringen. Ich google jetzt nach bei Rasur Hoten abgeschnitten. Hat er mal das heiße Machete oder die Eier da glatt gemacht, oder was? Nee, ich google gerade noch. Das war mein, was ich gegoogelt hat, aber weiß ich nicht. Die meisten Leute sagen hier nur ja, bei der Intimrasur in den Hoten geschnitten. Ja, scheiße gelaufen. Ja, gut, das haben wir alle mal. Dann machst du dir da bitte einfach hier erstmal, also kommt drauf an, mit was, ne? Wenn es mit so einem Rasiermesser war und dann da schon alle draus guckt, dann ganz schnell zum Onkel Doktor. Ansonsten machst du dir hier so einen Desinfektionsscheiß drauf. Richtig, da brennt einmal ordentlich und dann ist es gut. Nö, schön. Tolle Frage. Viel Spaß beim Arsch rasieren. Viel Spaß beim Arsch abmähen. Ja, genau. Aber da haben wir doch mal, da haben wir doch schon mal bei irgendeiner Osuar-Folge richtig lang drüber gesprochen, oder? Ja, ja, Ich erinnere mich da an irgendwas, das wir schon mal erzählt haben, wer sich alles das Arschloch rasiert und wer nicht. Ja, haben wir schon durchgekaut. Alles okay. Pass auf. Ich würde sagen, wir nehmen noch einen letzten. Nehmen wir noch einen. Und dann ist der olle Lumpe bezahlt für heute. Weil ich muss leider dadurch, dass ich nächste Woche komplett auf einer Fortbildung quasi bin, ja, da muss ich ein bisschen was vorproduzieren, dass auf YouTube auch mal ein bisschen wieder was läuft. Richtig, richtig. Der nächste bitte in Nummer 1. Servus, hätte eine Story auf Lager, welche in meiner Zweckgemeinschaft gerne als meine Nahtoderfahrung zitiert wird. Folgendes ist passiert. Ich war mit meiner Zweckgemeinschaft auf dem Summer Breeze 2019. Guck mal, auf dem Summer Breeze passieren so viele Unfälle scheinbar, das ist Cursed Ort. Verflucht. Oder ich bin jetzt einfach aufgenommen, weißt du, du bist nur ein richtiger Metalhead auf dem Summer Breeze, wenn du dich da schon mal ordentlich verletzt hast. Das kann auch sein, so ein Ritual. Eigentlich bräuchte man dann so ein Patch, weißt du. So, ich habe Summer Breeze überlebt oder irgendwie sowas, Summer Breeze Veteranen oder so. Naja, es war Mittwoch und ich bin mit einigen Mitcampern ins Infield gegangen, weil wir uns dort beim Summer Breeze Merch, Summer Breeze Merch, Dice Stand, Flaggen, Programmheft etc. besorgen wollten. Nun waren wir natürlich nicht die einzigen, weswegen die Schlange zum Stand recht lang war. Wir stellten uns also notgedrungen dazu, weil wir nicht ohne Beute wieder zum Camp zurückgehen wollten. Während wir dort also standen und uns alle anderthalb Stunden ganze 30 Zentimeter vorwärts bewegten und da hielten wir uns mit den anderen Leuten, sauften etc. Nun zu meiner Nahtoderfahrung. Nachdem jemand einen extrem schlechten Flachwitz rausgehauen hatte, über welchen ich dank genügend Alkohol trotzdem herzlichst lachen konnte, atmete ich im Lachen sehr kurz, sehr stark ein und merkte auf einmal, dass ich etwas Tick-Tack-Großes in meinem Mund Rachen hatte. Ich also am Würgen husten kotzen, um das, was auch immer es war, herauszukotzen. Nachdem ich das, was auch immer es war, auf die Wiese gespuckt hatte, schaute ich genauer hin. Es war eine Wespe, welche sich in meinen Biergetränken Speichel windete. Ich merkte, wie mir der Halsrachen langsam ganz leicht zuschwoll und ich bekam Panik. Wie uncool ist es bitte, an einer halb verschluckten Wespe zu krepieren. Jedenfalls sind dann ich und ein Mitcamper zu den Sannis gerannt, wo ich dann versorgt wurde. Der Schmerz auf einer Skala von 1 bis Justin Bieber auf jeden Fall eine stabile 5. Mir wurde eine Infusion gegeben, ein Mittel gegen die Schwellung und ich sollte dann auch noch Wassereis lutschen. Bin darauf bis zum späten Abend im Sanniselt geblieben, bis die Ärzte sagten, jo, Schwellung ist soweit zurückgegangen. Es scheint also, habe die Wespe dich nicht richtig gestochen, sondern eher mit ihrem Stachel deinen Rachen gestreift. Kannst du wieder zu deiner Gruppe, aber nichts Warmes oder Scharfes in den nächsten 2 Tagen essen. Habe noch am Abend eine kalte Tomatensuppe aus der Dose getrunken mit einem Strohhalm. Ich werde nun seitdem jedes Jahr damit aufgezogen und mittlerweile kann ich auch etwas darüber lachen, aber die Panik und die Angst, die ich an jedem Abend hatte, werde ich definitiv nicht so schnell vergessen. Einer meiner Mitcamper meinte auch, ich solle mir eine Wespe und das Kinn ungefähr dort, wo die war, tätowieren lassen. Davon sehe ich aber bis heute davon ab. Krass, Alter. Ja, das ist aber auch immer so eine Panik, die man hat. Ich wurde halt, seit ich ein kleines Kind war, so darauf konditioniert, immer zu schauen, vorher, ob irgendwas in meinem Getränk drin ist, ist, dass ich halt auch, wenn ich auf einem Festival bin oder so, bevor ich trinke, dann gucke ich in die Dosen rein. Das Problem ist, man sieht da nicht so gut, aber was ich dann auf jeden Fall mache, ist, ich höre immer kurz an meiner Dose, wenn ich die eine längere Zeit nicht im Auge hatte, weil wenn da ein Feedrinn ist, das noch lebt, also wirklich gefährlich ist, dann ist das da am Summen, dann klingt das wie so ein Vibrator. Und dann weißt du, okay, da gehst du besser nicht rein. Aber das sind echt richtig gräutige Mistviecher. Ich frage mich auch immer, es müsste doch eigentlich sowas geben oder wäre es nicht einfach ein Lifehack, wenn man sich immer so einen Strumpf mitnimmt auf einem Festival, den man dann immer über seine Bierdosen drüber zieht, weißt du, dann säuft man durch so ein... Das ist halt auch smart, ja. Aber ist halt dann auch die Frage, nach fünf Tagen ist das Ding bestimmt auch richtig gräutig durch, ne? Oder du ziehst es dann halt immer so ein bisschen weiter oder so, aber es müsste doch eigentlich irgendwas geben, um es auf die Bierdosen drauf zu machen, oder? Ja, so ein Sieb halt, ne? Ich frage mich halt auch legit immer, weil was ich halt immer mache, ist, wenn ich so eine Bierdose habe, dann knacke ich das Ding da auf und dann hast du halt da oben ja diesen Aluminiumstöpsel. Pönnüppel. Genau, ich drehe den dann halt immer um und klemme mir den halt auf die Öffnung drauf, weil ich mir denke, okay, so ein richtig fettes Vieh kommt da jetzt nicht mehr rein. Aber wieso machen die, also die Leute, die die Dosen herstellen, warum machen die das nicht so netzartig, das Ding? Weißt du, dass du das einfach so da drauf... Da drauf saufen. Genau, dass du das ganz genau da drauf einfach machen kannst. Das wäre doch eigentlich voll smart, oder? Übelst geile Idee. Aber das wird dann wahrscheinlich wieder ein Milligramm Aluminium mehr kosten und das geht dann natürlich nicht. Aber sowas wäre doch mal eine gute Idee. Ich weiß, dass die von Red Bull haben ja zum Beispiel, die haben ja ihren Bullen da eingestampft. Also damit kann man das ja theoretisch voll gut machen. Kann man gut abdecken, ja. Aber alles andere... Naja, nee, passt auf jeden Fall auf, wenn ihr gerade im Sommer irgendwelche Getränke trinkt und denkt dran, wenn ihr Wespen irgendwo um euch rum habt, versucht die mit der Hand leise, also nicht leise, langsam von euch wegzudrücken. Atmet die nicht an, weil dann werden die aggressiv, weil sie dann das Kohlenmonoxid, Kohlendioxid halt abkriegen und dann, ja, keine Ahnung, kriegen die ein Rappel und dann werden sie noch dümmer als sonst. Genau, ja, passt auf euch auf. Bitte heiratet nicht eure Geschwister und lasst euch nicht von Wespen töten. Das wäre cool. Ganz genau. Das wäre nice. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt sind wir ordentlich durch. Oder? Sind wir. Jede Folge ist so, also erinnert immer das wie durch. Das ist aber auch, ich finde das immer so, weißt du, wenn du wirklich so 52 Minuten so konstant durchredest, weil wenn du in so einem Podcast so richtig abgehackt bist, dann, dann kommt der nicht rüber, weißt du, du musst halt wirklich durchgehend labern und du musst dir beim Labern irgendwie halbwegs versuchen, selber zuzuhören und gerade wenn ich so viel rede, da vergesse ich manchmal, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Na, dann kickt das Alzheimer aber ordentlich und dann, ja, aber am Ende vom Podcast bin ich immer so ein bisschen fettig, bin ich ehrlich. Ist auch in Ordnung. Ja, aber ich finde das immer noch geil, dass man sich immer eine Stunde hinhockt. Auf jeden Fall, das Ding ist, ich freue mich richtig darauf, wenn ich halt wirklich mal, das Ding ist, man weiß ja nie, wie lange man es jetzt wirklich schafft, so die ganzen Projekte weiter durchzuziehen, so weißt du, ich sag mir immer so, das war ja auch so eine, mit einer der Gründe, warum ich mit dem ganzen Podcast halt angefangen habe und das jetzt auch nicht sausen lassen möchte, ist halt auch einfach, weil ich mir denke, okay, falls ich irgendwann mal wirklich keine Zeit mehr haben sollte für YouTube oder so, so die Zeit, sich dann wirklich nochmal so ein Stündchen oder sowas abends mal zu treffen, ist halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist halt deutlich größer, als dass ich sag, okay, ich hab jetzt nochmal zwei, drei Tage Zeit, um da YouTube-Videos zu machen und nur hier vom PC, hinter dem PC zu verschwinden, weißt du, weil ich glaube, spätestens sobald da irgendwann mal Kinder im Spiel sein werden und so weiter, wird das halt immer kritischer, aber so ein Podcast mal abends so für ein, zwei Stündchen, sich da hinzuklemmen, das ist halt eine größere Wahrscheinlichkeit. Nichtsdestotrotz, ich freu mich, weiß ich nicht, so in 10, 20 Jahren, weißt du, wenn du so ein bisschen mal, keine Ahnung, vielleicht ballert dann die Midlife-Crisis rein, dann guckst du mal auf dein Leben zurück und dann hast du hier über 100 Folgen, wo du dir selber dabei zuhören kannst, was für dummes Zeug du redest und wie du irgendwie, keine Ahnung, hier 80.000 Menschen erzählst, dass du dir das Arschloch auf der Toilette rasierst. Das sind halt so schöne Anekdoten, da hörst du dann zurück und musst lachen. Ich hab letztens auch mal in irgendwelche ganz alten Folgen von uns nochmal reingehört, ich konnte mich an nichts mehr erinnern, aber ich muss lachen. Dann dachte ich mir so, okay, so fühlen sich die Leute, also wenn sie sich das anhören. Das war schon lustig. So die Mischung aus, so ein, zwei brauchbare Tipps sind dabei und der Rest ist halt scheiße. Ja, klar. Geil. Ja, eben. Aber es unterhält, die Scheiße, die wir da von uns geben. Also die hier. Ich kann mich auch an die wenigsten Geschichten erinnern, aber es gibt so immer ein paar Highlights, der Gully-Deckel-Ficker oder die, die sich mit Fischinnereien da einreiben und dann zusammen ficken. So das ist halt schon. Auf jeden Fall. An der Stelle ganz kurz würde ich noch loswerden wollen und zwar ganz viele von den Nachrichten, die wir jetzt immer über Teleonym bekommen. Ich weiß, ihr habt super oft Probleme, gerade im Bereich Liebe und so weiter, Liebe, Partnerschaften und so. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das halt gerade die Sachen sind, über die man auch mit wenigen Leuten reden kann. Ich fände es aber ganz cool, wenn ihr halt auch wieder alle möglichen Fragen zu allen anderen Themen stellen könntet. Ich meine, wir hatten ja auch mal Leute, die haben einfach gefragt, hier, was haltet ihr von Cheatern in Videospielen oder sonst was oder hier in Videospiel XY habe ich das Problem oder hier bei dem Hobby ist dieses und jenes. Wie steht ihr dazu? Solche Fragen beantworten wir natürlich auch gerne. Es ist nicht immer nur zwischenmenschlich oder ich habe meinen Schwanz im Toaster eingeklemmt. Hilfe. Also ihr könnt uns gerne Fragen zu allem stellen. Das ganze Spektrum behandeln wir. Das ist wie meine Mutter. Ganzes Spektrum. Ich habe jetzt meinen Schwanz in Sandwich Maker reingesteckt. Und jetzt? Ja, krustig, ne? Hast du vor, ist der Eichelkäse wenigstens geschmolzen? Ist das freudig, Alter? Jetzt habe ich auch wieder so ein ganz grausames Gift im Kopf, was ich mal auf Twitter gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Hau mal ab, Alter. Die Käsekruste. Okay. In dem Sinne, wir wünschen euch alles Gute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche irgendwann wieder. Schreibt uns gerne weiter in Sachen. Danke fürs Zuhören. Danke für euren Geisteskrankness-Support. Und ja, ich hoffe mal, dass dieser Podcast auch irgendwann mal bei Apple Podcast erscheint. Ich habe das Ganze vor zwei oder drei Monaten mal eingereicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Und jetzt viel Spaß mit Rüdiger und Harry Folge 2. Ja, da bin ich aber immer in Spann. Boah, ne. Ja. Rüdiger und Harry Ja, das sind zwei von der Pathologie, ne. Boah, Mensch, Harry, dass ich das nur erlebe, ne. Dass mein Sohn hier irgendwann mal mein Erbe annimmt, ne. Kann mich doch gut an die ersten, an den ersten Ausbildungstag erinnern in der Pathologie, ne. Die Zeit rast wie andere gegen Baum, ne. Das war. Kannst du mal sehen, ne. Wo ich die alte Oma aus Versehen runtergeschmissen habe. Nachher hast du das ganze, da hast du das ganze Gebiss zusammenpuzzeln können von der Alte, ne. Was ist das denn? Die Schwester bringt schon wieder was rein, ne. Guck mal an hier. Ey, was ist das denn? Da unten fehlt ja der ganze Efeu. Ist das die Leiche vom letzten Mal? Ist das dieselbe? Ne. Die hat da noch einen Kopf dran, ne. Die hat noch eine Biene dran. Die hat noch eine Biene. Die letzte, die haben wir verschürt bei einem kühlen Pilz. Ja. Aber den Ess hast du noch aufbehalten, ne. Da kann man noch ein bisschen spielen, wenn wir hier gleich fertig sind, ne. Ja, natürlich. Die Ess habe ich aufgehoben. Der liegt hier drüben mit einem Kühlfach. Guck mal rein, warte mal. Ist hier noch mal drin? Kühlfach, Harry. Hey, der ist da drin. Der ist da ein bisschen kalt, aber dann hast du kalte Finger nachher beim Mario-Spiel. Das ist egal. Und ich kriege auch, wenn ich den mal gleich unten ein bisschen antaste, ne. Schön, Mann. Das kann ja nicht sein, dass der da nichts mehr hat. Wie passiert so was? Das weiß ich nicht. Das sieht aus, als hätte hier irgendjemand mit der Machete rumgestochert, aber ganz stümperhaft. Nein, das geht nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall fehlt das ganze Efeu, das ganze Gehänge ist ab. Und überall, der hat auch viel Blut verloren. Der ist leicht und blass, als wäre der angegriffen worden. Ja, der ist komplett blass. Ja, ja. Ja, furchtbar. Der sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, was machen wir mit dem jetzt? Ich habe die Zange und dann stöpfle ich den mal ab hier. Geh mal ran da. Mach mal die Anschlüsse ab. Den brauchst du nicht mehr anschließen. Da ist schon der ganze Glotter unten raus. Scheiße, jetzt ist er mir runtergefallen, Mensch, die Drecksau, die Alte. Warte mal, wie heben die Alte? Schwester, komm mal ran hier, heb mal auf hier, den Scheiß. Pass mal auf, ich helfe mit dir, ich habe die Füße. Das ist aber ein schwerer Schwein, sage ich dir. Wer weiß, was der gefressen hat sein Leben lang, das gibt es ja gar nicht mehr. Egal, wir schnippeln hier ein bisschen rum und dann ist das dein Ding auch gut bezahlt. So ist das, und dann machen wir ordentlich Mittag. Ja. Das ist auch schon wieder fertig. Ja, ist fertig. So ist das. Ja, pass mal auf. Und bevor wir jetzt hier fertig sind, sage ich euch noch was. Bist du noch so abgefuckt, schneid dir nie die Eier ab. Rüdiger und Harry. Ja, das sind die zwei von der Pathologie, ne?